Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Heute gibt's was zu feiern, denn heute gibt's die 3.500 Abonnenten endlich und somit ist Zeit für ein 3.000 Abonnenten Special. Und wenn du das sehen willst, dann bleib jetzt dran. 3.500 Abos! Wow! Vielen, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der abonniert hat, der die Videos liked, der kommentiert und auch vielen, vielen Dank an die mittlerweile zwei Kanalmitglieder, die dieser schöne Kanal jetzt mittlerweile hat. Vielen, vielen Dank für euren Support, denn ohne euch wäre dieser Kanal wahrscheinlich schon längst in der Versenkung verschwunden. Aber durch den permanenten Support bleibt er da, auch wenn die Zeiten nicht immer so leicht sind. Und ja, letzte Woche kam kein Video, weil ich erkältet war und diese Woche wäre auch um ein Haar kein Video gekommen, weil jetzt gerade, in diesem Moment, findet leider die Flut 2024 statt. Hier bei mir in NRW sind die Pegelstände schon ziemlich Mist und letzte Nacht war auch nichts mit Schlafen, sondern mit bereiten sie sich auf den Übertritt des Gewässers vor. Ja, bis jetzt ist der Keller noch trocken, aber wenn das so wird wie vor drei Jahren, dann, ja, hoffen wir einfach nicht, dass das so wird wie vor drei Jahren. Aber vor drei Jahren, lustig, dass das jetzt gerade passiert, denn tatsächlich dieses vor drei Jahren Ding, Flutkatastrophe 2021, hat relativ viel zu diesem Kanal beigetragen. Das wissen viele gar nicht, aber tatsächlich war es so, ich habe ja Bogensport schon immer betrieben, als ich elf war, bis, ich glaube, zum Alter von 14, da hatte ich eine Verletzung und habe es dann erst mal sein gelassen. Zu Corona habe ich es dann wiederentdeckt und hatte mir auch eine kleine Alligator damals schon besorgt, um ein bisschen in meinem Keller rumzuballern. Und dann kam die Flutkatastrophe 2021. Und ich war hyper, hyper, hyper dankbar, dass ich in der heutigen Zeit noch überhaupt irgendwas hatte, was auch ohne Strom funktioniert, weil, ja, damals hatten wir einfach mal zwei Wochen gar keinen Strom. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, meine Zuschauer sind in der Regel deutlich älter als ich und können es deshalb vielleicht gar nicht so nachvollziehen. Aber in meiner Generation, also Millennials, ist es halt so, ohne Technik ist man ganz schön aufgeschmissen. Und, ja, diese zwei Wochen rumzubekommen, ohne eine Playstation, ohne ein Handy, ohne einen Fernseher, ohne Netflix, das war für viele in meiner Generation schon wirklich eine riesen Herausforderung. Ich hatte genug zu tun mit meinem eigenen Keller, um den wieder aufzuräumen. Aber war dann, nachdem das alles wieder geschafft war, wirklich dankbar, dass ich dann etwas hatte, womit ich mich beschäftigen konnte, völlig ohne Strom. Deswegen ist tatsächlich eine Armbrust aus meiner Sicht ein cooles Teil für die Krise. Man kann also durchaus von Krisenvorbereitung sprechen, aber nicht im Sinne einer Waffe, mit der man sich dann irgendwie gegen Plünderer verteidigen will oder so. Das habe ich nicht vor. Es geht da wirklich nur darum, mich zu beschäftigen. Wenn mal wieder alles andere nicht funktioniert. Aber das kann doch nicht der Inhalt des Specials gewesen sein, oder? Nee, das war mal wieder nur ein Malte-Nebensatz. Wer meinen Kanal kennt und die letzten Abo-Specials gesehen hat, der weiß eigentlich ganz genau, was jetzt kommt, denn in den Abo-Specials gucken wir uns sehr oft Bastlereien an, vor allem Sachen aus dem 3D-Druck. Heute wird ein bisschen gebastelt. Und zwar möchte ich heute meine Compact endlich zur Toxic Compact umwandeln. Und das machen wir einfach mal. Hier in diesem Sling-Bag von Steambo ist meine Compact drin und die finde ich übrigens richtig genial. Das liegt einfach daran, weil ich habe ja immer gerne meine Bauchtasche an, die dann von hier nach da geht. Und dann habe ich das so über Kreuz. Also Bauchtasche und hier, das stecke ich drunter. So kann ich beides tragen. Hab dann quasi einen normalen Rucksack an, weil ich hier und da einen Riemen habe. Aber es ist beides Sling-mäßig und man kommt dann beides gut dran, sofort ohne irgendwas abzuziehen. Der Schnellverschluss reicht. Sehr coole Sache auf jeden Fall, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Wir packen einfach mal meine Compact aus. Die Patches. Der Patch ist sehr schwer zu kriegen. Der ist von Steamboot. Das ist aber eine inoffizielle Serie. Die kann man so nicht kaufen. Aber vielleicht schreibst du mal den Support an, wenn du so ein Ding haben willst. Vielleicht haben die noch eins über. Kann ich natürlich nicht garantieren. Das hier kann ich allerdings garantieren. Davon haben wir noch um die 90 Stück da. Und wenn du einen haben willst, dann werde doch am besten jetzt Kanalmitglied von diesem Kanal. Ab Stufe 2 kriegst du den Rubberpatch. Stufe 1 gibt es noch einen Aufkleber. Und auf Stufe 3 kriegst du Aufkleber, Rubberpatch und noch weitere Vorteile. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Außerdem gibt es Zugriff zur Mac-WhatsApp-Gruppe, die noch relativ leer ist. Aber wir würden uns freuen, wenn du da auch mit reinkommst. Der Wurfarm und die Stinger. So. Schnellwechsel auf Vlatmod angelehnt tatsächlich. Ja, das ist immer noch meine original erste Stinger Compact, die ich mir damals, kurz nach der Flutkatastrophe, besorgt habe. Und ja, die habe ich selber Vlatifiziert. Also hier oben die Rail aufgesägt. Hier vorne auf den Wurfarm ein Plättchen draufgeklebt. Hier ein Plättchen draufgeklebt. Und jetzt kann ich einfach den Schnellwechsel-Move machen, ohne ein Schnellwechselsystem zu haben. Einfach hinten aufschrauben. Wurfarm rein. Und vorne die Schraube festziehen. Und das Ding ist einsatzbereit. So, aber wir wollen es ja gar nicht einsatzbereit. Wir möchten es jetzt einfach mal tunen mit coolen 3D-Druckteilen von Aue Target. Und an diesem Modell sehen wir übrigens auch schon ein Bauteil von Aue Target. Das hatte ich damals zur IWA letzten Jahres dran gemacht. Find's sehr cool. Die abgegradete Version finde ich noch cooler. Und das, was wir jetzt heute verbauen, ist natürlich die abgegradete Version. Was zeichnet die aus? Bei der alten Version ist es so, man kann nicht einfach den Deckel zuklappen, sondern man drückt da drauf, zieht das runter und dann passt das. Und bei der abgegradeten Version ist das hier so angeschrägt, dass man es einfach draufhauen kann. Das gucken wir uns natürlich an, wenn es fertig ist. So, hier ist der Karton, den ich vom guten Aue Target bekommen habe. Und an der Stelle hat mich schon mal der Schlag getroffen. Denn da war noch eine kleine Überraschung dabei. Vielen, vielen Dank für diesen geilen Schlüsselanhänger mit meinem Namen drauf. Danke dir, Sascha. Freut mich sehr. So, aber das ist bei weitem noch nicht alles. Wir gucken mal, was es sonst noch gibt. Also es gibt hier ein Schreiben, nur für mich, was mir noch erklärt, was an weiteren Projekten noch kommen wird. Das bleibt mal schön unter Verschluss. Aber eins nehme ich vorweg, es wird coole neue Farben geben. Dann habe ich hier die Montageanleitung für den Tuningabzug, die Anleitung für den Stinger Lock 1.2 und eine Montageanleitung zu den farbigen Seitenteilen. Hier gibt es sogar eine Wangenauflage mit dabei. Aber wir machen ja heute eine Compact, da brauchen wir die Wangenauflage leider nicht. So, hier haben wir einmal den Tuning Trigger, den Griff, die seitlichen Schienen und die Seitenteile. So wie den Stinger Lock. Jedes der Bauteile kam mit so einer kleinen Zielscheibe mit in dem Beutel drin. An der Stelle muss ich aber sagen, ich habe mich hier schon vorab ein bisschen bedient. Deswegen ist nicht mehr bei jedem eins drin. Hier war auch was drin. Außerdem hat der Sascha von OutTarget mir noch diese Granate zukommen lassen. Das sieht ja in Granaten geil aus, wa? Aber vor allem ist das ein Bolzenbehälter, den man auch noch farblich gestalten kann. Also ich habe hier die Wahl zwischen einem weißen, einem blauen und dem orangenen Inlay. Und hier sind noch weitere Moosgummischeiben dabei, um diese Dinger auszukleiden, damit die Pfeile da nicht so draufstoßen. So, ich würde sagen, wir gucken einfach mal nach, wie viele Pfeile passen denn hier überhaupt rein. Und sieht das dann auch gut aus. Passt der Deckel noch drauf, geht das Ding noch zu. Und rattert das? Klappert das? Oder ist das alles gut gedämpft? Was würde denn besser passen als diese Pfeile für das Toxic Color Kit? Die gibt es auf Amazon und die verlinke ich euch. Die sind echt nicht schlecht. Die sind aber auch nicht so übertrieben gut. Vor allem sind die nicht für den 90er Bogen geeignet. Ich hatte es gedacht, aber es hatte dann doch im Nachhinein Schäden verursacht. Deswegen benutzt das mal lieber nur für den 75er Bogen maximal. So, zwölf Pfeile sind schon drin und hier ist noch immer Platz. Ich habe aber gar nicht mehr von den Grünen. Deswegen nehme ich jetzt die weitere sechs. Wir sind also bei 18 Pfeilen. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vielleicht kriegt man sogar noch einen mehr rein, aber wir lassen es mal bei 27. Das ist doch ein ganz guter Wert. Und gucken mal, passt das Ding noch? Jo, das passt. Und das ist echt grundsolide. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das mal irgendwie bricht. Das ist wirklich echt richtig stark. Gefällt mir sehr gut. Sieht natürlich speziell aus. Aber es ist vor allem auch still beim Schütteln. Also da bewegt sich so gut wie gar nichts. Sehr coole Sache. Sehr cooles Feature. Gefällt mir sehr gut. Aber jetzt kommen wir mal zum Compact-Tuning-Kit. Ich nehme für diesen Umbau jetzt einfach mal hier diesen Multischraubenzieher mit wechselbaren Bits. Den gab es bei Aldi. So, und ich würde jetzt einmal damit anfangen, hier alle Kreuzschrauben zu lösen. Also hier die im Griff und die von den Seitenplatten. Jetzt kommt wieder einer der berühmten Malte-Nebensätze. Denn die Frage, die sich stellt, ist natürlich, warum mache ich den jetzt hier eigentlich mit der Compact und nicht mit der Tactical? Es gibt ja auch Leute, die die Tactical Toxic haben. Ja, das kann sein. Aber wer das Interview mit mir und Steamboat auf der IWA dieses Jahre gesehen hat, der weiß, dass Steamboat tatsächlich nicht so glücklich darüber ist, dass es diese Seitenplatten gibt. Nicht aus dem Grund, weil denen dann irgendwie einen Cent verloren geht oder sonst wie, sondern vor allem, weil das einfach wirklich ultra wichtige, sicherheitsrelevante Bauteile sind. Die sind besonders verstärkt, noch einmal mit Glasfasern. Und hier sollte man vielleicht keine Experimente mit 3D-Materialien machen. Bei der Compact oder auch bei einer Survival ohne Spannstangen geht das ohne Probleme, weil hier ist das ja nur ein optisches Accessoire und keine wirkliche Führung. Aber bei der Tactical oder bei der normalen Survival läuft ja hier drin der Spannhaken. Und wenn das bricht, wenn man da hinten ist, Halleluja! Das will ich nicht mitbekommen und will es deswegen auch nicht ausprobieren. Ich bleibe hier an der Stelle bei der Compact. Passt an der Stelle gut auf, dass ihr hier die kleinen Schrauben nicht verliert, denn im Lieferumfang von den neuen Tuning-Teilen sind keine Schrauben dabei. Das heißt, wenn ihr hier was verliert, dann braucht ihr das Ersatzteil-Kit von Steambo. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn es dabei eigentlich nur um eine einzige Schraube geht. Aber ganz ehrlich, eigentlich braucht jeder ein Ersatzteil-Kit von Steambo. Allein schon wegen dem grünen Leuchtkorn. So, wir machen weiter und lösen die Schrauben im Griff. Warum löse ich die Schrauben im Griff? Der Griff ist ja gar nicht intoxic. Also der ist nicht dabei. Ja, das ist richtig, aber da machen wir halt einen schwarzen Griff drauf und keinen knallroten. Das passt dann nicht so gut mit dem grünen. Und wer weiß, vielleicht baut der Aue ja bald mal einen Griff aus druckbarem Gummi. Wäre auf jeden Fall auch cool. So, der Griff ist entfernt und jetzt haben wir fast alle Farbteile entfernt. Aber der Abzug ist noch da. Den holen wir jetzt raus. Dazu setze ich mir einfach hier einen anderen Bit drauf. Einer, der hier reinpasst. Und dann gehe ich hier auf diesen Pin drauf. So, und dann kann ich den auf der anderen Seite rausziehen. So, und jetzt kann ich den Abzug nach oben hinaus schieben. So, und jetzt bleibt uns nur noch der Stinger Lock V1, den wir hier mal schnell runternehmen. Dazu löse ich erst die Schraube hier. Dann klappe ich auf und dann löse ich die Schraube hier oben im Deckel. So, und die habe ich wohl ordentlich mit Schmackes angezogen. Deswegen nehme ich mir hier mein Leatherman zur Hilfe. Leute, wie immer zieht die Schrauben nicht so fest an. Vor allem nicht so fest wie ich. Das sind ja nur 3D-Druckmaterialien. So, jetzt haben wir das Teil entfernt. Und hier können wir einmal sehen, was ich gemeint habe. Hier, an der Stelle ist es gebrochen. Na hier. Schraube auf jeden Fall aufheben. So, dann fangen wir jetzt an, das Ding grün zu machen. Und wir starten mit dem Abzug. Hier hat man zwei verschiedene Abzüge zur Auswahl. Einmal einen schwarzen, einmal einen knallgrün. Und man hat sogar zwei Flächen zur Auswahl. Einmal eine schwarze, einmal eine grüne. Ich mache hier auf jeden Fall den grünen rein. So, ich lege mir die beiden Plättchen jetzt zusammen. Mache hier die Feder drauf. Und jetzt wird das Ganze hier eingefügt. Jetzt hier einen kleinen Druck drauf geben. Und der Abzug sitzt drin. Dann ausrichten mit dem Loch. Und den Pin wieder rein. So, und jetzt sehen wir, wenn wir den Abzug ziehen, geht das Plättchen genau dahin, wo es sein soll. Perfekt. So, und als nächstes kommen jetzt die Seitenteile dran. Und tatsächlich liegen dem Abzug Schrauben bei. Die soll man hier verwenden für die Seitenteile, weil die Originalschrauben sonst zu lang sind und den Abzug blockieren können. Also die Seitenteile haben echt eine sehr coole Oberfläche. Gefällt mir sehr gut. Sieht echt klasse aus. Vorne benutze ich die Originalschrauben, weil da ist ja kein Abzug, der dann blockiert wird. So, und hinten setze ich jetzt die Abo Target Schraube ein. Die ist wesentlich kürzer. Wir haben jetzt testweise mal hinten auch eine Originalschraube verwendet. Und tatsächlich ist es so, die blockiert dann den Abzug. Also hier setzen wir jetzt mal die wesentlich kürzeren Schrauben ein. Und hier mal der Vergleich. Hier die kurze Schraube und hier die lange Schraube. Also, ja, fast doppelt so kurz. An der Stelle gibt es jetzt hier ein bisschen Kritik, denn das Ding hinten greift nicht. Die ist jetzt zu kurz. Also ich kann das so fest dran pressen, wie ich will und so fest anziehen, wie ich will. Da passiert nichts. Also die greift nicht. Also hiermit bin ich jetzt nicht so ganz zufrieden. Und für die Compact ist das in Ordnung, weil hier halt keine Führung drin ist. Aber die Schraube hinten, die lässt sich einfach nicht fixieren. Ich habe die jetzt so fest dran gedrückt, wie es geht und so fest angezogen, wie es geht. Aber egal, was ich mache, ich kann es immer wieder rausziehen. Die ist jetzt einfach zu kurz. Und deswegen machen wir es jetzt anders. Ich kürze mir jetzt mit meinem Leatherman einfach mal die Originalschrauben ein bisschen. Weil es müsste eigentlich ein Müh sein, an dem es liegt. Also ich kneife jetzt hier einfach noch eine Rille runter. So, dann probieren wir das Ganze noch einmal mit den gekürzten Schrauben. Ja, die packt. Und da kann ich jetzt auch endlich mal was runterdrehen. Mit den bearbeiteten Originalschrauben passt es sehr gut. Aber trotzdem ändert das nichts an meiner Meinung, dass das halt trotzdem nur etwas für die Compact ist und nicht für die Tactical. So, jetzt haben wir hier schon mal ein paar Toxic-Teile. Wie gesagt, den Griff haben wir leider nicht. Dementsprechend setzen wir hier einfach den originalen schwarzen Griff drauf. Fällt ja auch gar nicht auf, wenn ich sie in der Hand halte, wa? Und dann ziehen wir hier schon mal ein bisschen die Schrauben an. Jetzt haben wir Seitenteile, Abzug und den Griff dran. Eigentlich würde ich ja jetzt mit dem Stinger-Lock weitermachen. Aber wir machen jetzt erstmal die seitlichen Seitenschienen. Hierfür müssen wir aber erstmal bohren. Keine Panik, das kriegen wir einfach hin. Sogar ich, der zwei linke Hände hat. Dazu müssen wir jetzt einmal das Magazin runternehmen. Heißt, ich löse jetzt hier vorne die Schraube. So. So, und jetzt müssen wir uns das Magazin zerlegen. Das ist eigentlich ganz leicht. Dazu fangen wir einfach mal an, den Stift vom Magazindeckel rauszudrücken. Einfach hier mit einer Schraube gemacht. Und dann ziehe ich mir auf der anderen Seite mit dem Leatherman raus. Als nächstes müssen wir jetzt hier alle Schrauben einmal entfernen. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Schrauben müssen wir ziehen. Das ist alles Kreuzschlitz. Auch diese Schrauben natürlich wie immer aufheben. Ganz wichtig. Die Schrauben sind übrigens alle gleich lang. Ihr müsst euch da nichts notieren oder merken. So, nachdem ihr alle entfernt habt, könnt ihr einfach das Magazin auseinandernehmen. Jetzt können wir auch schon sehen, wo wir bohren sollen. Und zwar gibt es hier so angedeutete Löcher mit dem Platz für eine Mutter direkt schon drin. Und genau da müssen wir jetzt rein mit einem 4mm Bohrer. So, und an der Stelle muss ich das Video leider abbrechen. Es ist einfach wieder viel zu lang geworden. Es tut mir wirklich leid. Teil 2 kommt dann nächste Woche. Ist schon vorproduziert. Keine Frage. Egal, was jetzt hier passiert. Selbst wenn jetzt hier die größte Flutkatastrophe der Welt kommt. Das Video kommt online. Ganz doll versprochen. Und so sieht das Ding dann aus, wenn es fertig ist. Aber das gucken wir uns nächste Woche an. Ciao. Ciao.